Hallo und herzlich willkommen bei 10xTrading. In der heutigen Ausgabe haben wir wichtige Makrodaten, wir analysieren die Indizes und den Bitcoin und es gibt ein Update zur Alphabet-Aktie, die heute knapp 8% im Minus ist. Zu Beginn des heutigen Videos blicken wir auf einige Grafiken und Makrodaten und starten mit Smart Money vs. Stam Money. Da haben wir relativ wenige Veränderungen zum Vortag. Wir haben leicht erhöhte Geldflüsse bei den institutionellen Anlegern und bei den Kleinanlegern sehen wir nach wie vor Geldflüsse auf sehr hohem Niveau und deswegen ist es für uns auch weiterhin wichtig, dass wir die Märkte definitiv aus zwei Gesichtspunkten betrachten. Erstens sind wir noch über wichtigen Supports aktuell, die auch ein kurzfristiges Fortsetzen dieser Rallye jederzeit möglich machen. Da sprechen wir auch heute wieder über die wichtigen Widerstandszonen bei den Indizes und vor allen Dingen über die Kursziele, falls die Märkte hier nochmal zu neuen Hochs ausbrechen sollten, aber natürlich jetzt auch im Detail auf Kursziele, die wir bekommen können im Rahmen von einer etwas größeren Korrektur, wo ich aber nach wie vor zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgehe, dass wir interessante Kaufkurse sehen. Und auch bei den Risikolevels im S&P 500 hat sich im Vergleich zu gestern relativ wenig verändert, außer dass das kurzfristige Risikolevel jetzt auch wieder angekommen ist bei sieben. Das heißt, du siehst übergeordnet, wir sind eben aktuell in dieser Situation, wo wir am oberen Bereich der aktuellen Aufwärtswelle angekommen sind. Gerade beim mittelfristigen Risikolevel sehen wir das eindeutig. Hier gehen wir jetzt wirklich seit mehr als zwei Wochen bei acht seitwärts, was eben übergeordnet der obere Bereich dieser Skala ist. Also wir sehen, ein Fortsetzen der Rallye muss aktuell vom Momentum getragen werden, übergeordnet strategische, frische Long-Einstiege. Da braucht es meiner Meinung nach einen gewissen Rücksetzer. Und dieser Meinung ist offensichtlich auch der breite Markt. Wir haben hier eine interessante Umfrage, schön zusammengefasst, von TheMarketing. Und zwar planst du aktuell deine Exposure, Exposure, also deine Investitionsquote in Aktien zu erhöhen. Und da sind wir aktuell bei einem 52-Wochen-Tief übergeordnet, sogar bei einem Mehrjahrestief. Lediglich 32% der Befragten planen jetzt aktuell ihre Investitionsquote im Aktienmarkt zu erhöhen, wohingegen wir hier zum Jahresbeginn deutlich höhere Werte gesehen haben. Das heißt, du siehst, so richtig Lust, sich jetzt hier einzukaufen im aktuellen Zeitpunkt hat sich niemand. Aber völlig zu Recht stellt hier der Marketer eben auch die Frage, haben wir möglicherweise noch mehr Schmerz zur Verfügung nach oben, gerade wenn es der Markt schaffen sollte, eben aus dieser aktuellen Situation jetzt unmittelbar nach oben auszubrechen. Und während sich aber niemand so richtig einkaufen möchte in die aktuelle Marktsituation, bekommen wir vom Sentiment aber durchaus eine positive Meldung. Wenn man hier verschiedene Sentiment-Indikatoren übereinander legt und zusammenrechnet, bekommen wir aktuell ein so positives Ergebnis, wie wir es zuletzt im Jahr 2021 bekommen haben. Also übergeordnet sehen wir, die negative Stimmung aus dem Bernmarkt ist jetzt sozusagen wieder ausgepreist. Die Leute sind zufrieden mit sich, mit ihren Depots und mit ihrer aktuellen Positionierung im Aktienmarkt. Da muss man natürlich die Frage stellen, wie viel mehr unmittelbares Upside-Potenzial hat dieser Markt aktuell noch? Nicht mehr viel. Die Antwort gibt uns auf jeden Fall aktuell der Anleihenmarkt auf diese Frage. Wir haben hier eines der größten Gaps in der Geschichte zwischen dem Nasdaq und der Verzinsung der zehnjährigen Staatsanleihe. Und ihr erinnert euch, wir haben immer wieder mal diese Grafik dabei gehabt und in der Regel natürlich im Bernmarkt war es der Fall, dass die Aktienmärkte sozusagen den Anleihenmärkten davon gelaufen sind, aber letzten Endes dann eben doch sich der Realität stellen mussten und wir in eine mehr oder weniger heftige Korrektur übergegangen sind. Und das müssen wir definitiv auf dem Zettel haben. Und ich habe zweimal hingeschaut, auf der linken Seite siehst du es auch, die 3,6 Prozent, das ist hier lila hinterlegt. Das heißt, der lila chart ist die Verzinsung der zehnjährigen Staatsanleihe hier inverse natürlich dargestellt. Das heißt, wir sehen hier aktuell, der Nasdaq ist dem Anleihenmarkt aktuell extrem davongelaufen. Für den Fall, dass man das nicht gut erkennen kann auf dem Handy, der aktuelle Zins der zehnjährigen Staatsanleihe repräsentiert in etwa einen Nasdaq von circa 11.600 bis 11.700 Punkte. Wenn dir dieses Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, damit du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und auch aus fundamentaler Sicht gibt es einen Indikator, der jetzt angeschlagen hat, der heute auch sehr stark die Runde macht und den ich natürlich auch mit euch entsprechend teilen möchte. Wir haben jetzt das fünfte Mal seit 2000 auf einer Zwölfmonatsbasis ein negatives EPS-Wachstum und da muss man sagen, das gab in der Vergangenheit eindeutige Signale. Das hatten wir 2000, das hatten wir 2008, das hatten wir 2015 und natürlich hatten wir das auch 2020 und das war bisher in jedem Fall ein Vorbote, ein Frühindikator für fallende Kurse und das müssen wir ganz klar auf dem Zettel haben. Übergeordnet sprechen wir jetzt seit einigen Wochen über das Thema Bewertungen, über das Thema Kursgewinnverhältnis im S&P 500 und wenn du einen gewissen Kurs rechtfertigen möchtest im S&P 500, dann müssen natürlich auch die Earnings der Unternehmen dazu passen, ansonsten steigt natürlich das KGV im Index und da sind wir ja aktuell sowieso schon an der Schwelle, wo man sich fragt, ob der Index möglicherweise nicht etwas für den Moment zu hoch bewertet ist. Also übergeordnet ein spannendes Umfeld jetzt, in dem in allererster Linie eins nicht passieren darf. Die Gewinne der Unternehmen dürfen jetzt hier nicht drastisch einbrechen. Und auch aus Sicht der Volatilität bekommen wir aktuell ein interessantes Signal, auch wenn ich den Volatilitätsindex derzeit ein bisschen mit Vorsicht genieße, weil wir wissen, der Markt ist ja aktuell in erster Linie getrieben von diesen extrem kurz laufenden Optionen, den Zero DTE, Zero Days to Expiration, eben Optionen, die am gleichen Tag noch verfallen und wir wissen ja, die schweben sozusagen oder fliegen unterm Radar vom Volatilitätsindex. Die werden vom Volatilitätsindex nicht erfasst. Jedoch sehen wir, dass der Wix auf den Wix, also der V-Wix derzeit jetzt deutlich sich nach oben aufmacht. Also wir bekommen eindeutige Signale. Die Wall Street beginnt sich hinter den Kulissen aktuell abzusichern gegen fallende Kurse und wir kommen jetzt übergeordnet in eine Saisonalität, in der wir eben mit einer Korrektur durchaus rechnen müssen und auch mit steigender Volatilität rechnen müssen. Eben mit Mitte, Ende Februar, dann Anfang März vor allen Dingen ist sehr gerne eine Phase, wo die Märkte in eine Korrektur übergehen. Hatten das einfach so ein bisschen im Hinterkopf aktuell. Wir sitzen wirklich auf einem sehr brodelnden Fass. Das muss uns klar sein. Vor allen Dingen dieser Optionsmarkt ist aktuell völlig außer Rand und Band und das kann natürlich in beide Richtungen extreme Bewegungen auslösen. Wir haben es gesehen nach oben, aber sind wir uns bitte auch völlig im Klaren, dass diese Zero DTEs auch in die Gegenrichtung arbeiten können. Und da sollten wir aktuell insbesondere den nächsten Dienstag auf dem Schirm haben. Da bekommen wir die wichtigen Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Und der Markt hat uns ja in der Vergangenheit gezeigt, dass er in der Regel zwei Verhaltensmuster kennt. Entweder gehen wir an Widerständen in diese Inflationsdaten, also relativ hoch. Dann ist die Gefahr natürlich groß, dass der Markt enttäuscht wird und es zu Abverkäufen kommt. Oder der Markt korrigiert im Vorfeld, preist sozusagen die Enttäuschung schon ein. Dann haben wir eine sehr gute Wahrscheinlichkeit mit den Daten sogar letzten Endes zu steigen. Was man aber sagen muss, es deutet sich ja an, dass sich die Inflation nochmal beschleunigt hat. Im Januar auf jeden Fall zeigen, dass die aktuellen, Prognosen für die Inflationsdaten nächste Woche. Was wir allerdings übergeordnet sehen, ist ein klarer Trend zur Disinflation. Minus 70% und minus 30% der Länder global gehen jetzt aktuell davon aus, dass die Inflation nachhaltig noch steigen wird. Also hier wirklich einen deutlichen Rückgang. Und auch Jerome Powell sagt es ja eben immer wieder, dass der Pfad zur Disinflation jetzt begonnen hat. Aber er hat gestern auch in dem Interview ganz am Anfang meines Erachtens einen wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, der Road will be bumpy. Also es wird definitiv Schlaglöcher geben auf diesem Weg zur Disinflation. Und damit kann er natürlich gemeint haben, dass ein Trend niemals, und das wissen wir ja, in einer senkrechten Linie verläuft. Sondern übergeordnet wird sich die Inflation jetzt eben beruhigen. Was allerdings natürlich nicht heilt, dass sie sich zwischendrin nicht nochmal beschleunigen kann. Wir kommen zur Berichtssaison. Und hier muss man sagen, die Qualität der Berichtssaison, sie hält sich durchaus auf. Wir sind jetzt bei 67% der Unternehmen, die die Erwartungen der Wall Street schlagen können. Und da muss man natürlich sagen, die Erwartungen waren extrem nach unten geschraubt. Aber es ist dennoch ein gutes Signal, dass die Wall Street eben die Erwartungen überbieten kann. Wir wissen aber auch, dass vor allen Dingen jetzt für den weiteren Marktverlauf, Stichwort EPS, was jetzt zuerst mal rückläufig ist, seit einigen Jahren Earnings per Share, vor allen Dingen das erste und zweite Quartal in diesem Jahr sehr, sehr wichtig sein wird. Und natürlich ist auch klar, wenn diese Earnings Season jetzt die Berichtssaison positiv ausfällt, werden natürlich auch die Erwartungen entsprechend wieder nach oben geschraubt. Heute gibt es nachbörslich noch die Zahlen unter anderem von Walt Disney Affirm, Digital Turbine und Robinhood. Und morgen gibt es dann noch die Zahlen von PepsiCo und nachbörslich PayPal. Wir kommen zum Wirtschaftskalender. Da haben wir gestern mit der Rede von Jerome Paul eins der Highlights der Woche abgearbeitet. Der Markt hat es übergeordnet, gefeiert. Zuerst gab es starke Abverkäufe. Danach gab es unter höchster Volatilität wieder starke Anstiege. Und sowas ist aber auch immer gefährlich, muss man ganz klar dazu sagen. Vor allen Dingen, wenn du dann siehst, dass du in solchen Abläufen keine höheren Hochs generierst, dann spricht das immer dafür, ob hier möglicherweise Distribution stattfindet. Also eben Aktien von starken Händen abgegeben werden in schwache Hände. Das müssen wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Morgen gibt es dann noch den Verbraucherpreisindex aus Deutschland. Hier ist die Prognose 8,9 Prozent. Und dann eben Donnerstag und Freitag die Treffen der Staats- und Regierungschefs. Auch Präsident Zelensky ist ja aktuell jetzt wieder on Tour. Heute in London. Morgen müsste er dann in Paris sein. Und da müssen wir jetzt eben auch ganz genau drauf hinschauen, ob sich diese Krise nochmal beschleunigen sollte. Denn wir wissen ja vor allen Dingen, im DAX ist die ja mittlerweile komplett ausgepreist. Der 4-Greed-Index, den schauen wir uns heute mal an im Chartverlauf 2022 und jetzt natürlich Anfang 2023. Und da sind wir nach wie vor im Bereich von 52 Wochen hochsunterwegs. Wir hatten ihn zuletzt in den Bereich der extremen Gier getrieben. Kurzzeitig Intraday sogar mal mit Kursen über 80, 81 war meines Wissens der Höchststand. Und jetzt sind wir hier beim 4-Greed-Index bei 74 angekommen. Natürlich machen wir aber keine übergeordneten 52 Wochen Hochs im Index. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass der Markt eben hier mit gewissen Levels und Widerständen kämpft und eben bereits im Umfeld. Der Gier ist niemals ein kurzfristiges Verkaufssignal. Keine Frage. Eher so ein Ding, was man im Hinterkopf behält. Und damit kommen wir zur Chartanalyse. Und die beginnen wir mit dem Blick auf den US-Dollar-Index, weil das meines Erachtens aktuell mit der wichtigste Chart ist, den wir im Blick behalten können. Insbesondere, weil in der aktuellen Situation der Volatilitätsindex möglicherweise ein bisschen an Bedeutung verliert. Und da sehen wir, dass der Dixi hier Probleme hat an der 50-Tage-Linie übergeordnet. Zeigt mir das aber auch, dass wir hier auf der absolut richtigen Fährte sind mit dieser Range, also diesem Trendkanal und dem übergeordneten Aufwärtstrend. Und wir sehen hier, wie es hier köchelt, könnte man sagen, wie es hier eng wird in diesem Wedge. Und da ist eben die große Frage, wird der Dixi hier nach oben ausbrechen? Werden wir eine Dollar-Rallye bekommen? Wird er vor allen Dingen hier über das 23er Fibonacci ausbrechen bei 104,2? Da sollte ein Preis-Alarme drüber sitzen, weil wenn er hier ausbricht, dann bekommen wir meines Erachtens durchaus nochmal mehr Dollar-Stärke zu sehen. Ein erstes ganz klares Kursziel wäre hier die 200-Tage-Linie und damit ein Dixi von circa 106. Aber das wäre dann vom aktuellen Niveau nochmal circa 3% Upside. Und wenn er hier noch durchgeht, hat er möglicherweise sogar 4% nach oben Platz der US-Dollar-Index. Und das ist natürlich dann Druck auf die Märkte, auf allen Dingen noch auf den Kryptobereich und auf den Nasdaq. Das wissen wir. Ein Ausbruch aus diesem übergeordneten Abwärtstrend seit den Tops. Den halte ich aktuell für sehr unwahrscheinlich. Das wäre hier dann zum 61er. Und 65er Fibonacci sage und schreibe 6,5% Upside-Potenzial für den US-Dollar. Aber auch völlig wichtig, dass hier unten Preis-Alarme sitzen. Denn wenn wir sehen, dass dieser Versuch einer Dollar-Rallye hier scheitern sollte, den wir hier zuletzt gesehen haben, wenn das hier oben, was wir jetzt hier gerade sehen, eine Bullenfalle ist beim US-Dollar, dann müssen wir uns hier möglicherweise mit deutlich mehr Downside auseinandersetzen. Und das würde natürlich den Märkten Rückenwind geben. Insbesondere ein US-Dollar-Index, der hier durch sein lokales Tief bricht, weil er eben hier bereits diesen Support gebrochen hatte. Hier haben wir gekauft, Bärenfalle. Und wenn das nochmal nach unten bricht, dann lässt der Markt hier nochmal los beim US-Dollar. Und dann ist für mich das nächste Kursziel ganz klar zu suchen, hier im Bereich von dieser horizontalen Supportzone bei 97. Dann hätte der US-Dollar-Index vom aktuellen Zeitpunkt ca. 5% Downside. Und wir wissen, das wäre dann wirklich der Rückenwind für die Aktienmärkte, um eben in die kritischen Zonen vorzudringen, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Wir blicken auf die Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe. Und die haben wir hier auch sehr gut jetzt eingekesselt. Und auch hier deutet sich meines Erachtens durchaus eine impulsive Entscheidung an. Ähnlich wie beim US-Dollar-Index hier jetzt auch eine Keilformation, wo die Anleihenmärkte hier durchaus noch seitwärts gehen können. Und die Entscheidung steht hier an spätestens für nächsten Dienstag. Stichwort CPI-Daten in den Vereinigten Staaten. Also sehr spannend. Aber hier müssen trotzdem Preisalarme sitzen bei über 3,7% und vor allen Dingen dann bei über 3,75%. Weil wir wissen, der Aktienmarkt ignoriert hier diese Zinsstärke aktuell noch völlig. Aber meines Erachtens kann er diese nicht mehr ignorieren, wenn wir hier aus dieser übergeordneten Supplyline, also aus dieser abwärts gerichteten Trendlinie, wo eben Verkaufsdruck herrscht, wenn wir hier ausbrechen. Und da ist der Anleihenmarkt jetzt gerade drauf und dran aus dieser Abwärts-Trendlinie, die wir eben seit den Tops bei der 10-jährigen Verzinsung gesehen haben, auszubrechen. Und das kann dann der Aktienmarkt meines Erachtens eben nicht mehr ignorieren. Haben wir das bitte auf dem Zettel, dass hier die Anleihenmärkte der Zins ist gemeint. Möglicherweise kurz vor einem Ausbruch stehen. Vor allen Dingen halte ich Zinsen auf die 10-jährige Staatsanleihe jenseits der 3,75% für sehr gefährlich. Aber es müssen auch Preisalarme sitzen bei unter 3,5%, weil dann hätten wir meines Erachtens durchaus einen triftigen Grund anzunehmen. Vor allen Dingen dann auch, wenn hier die 200-Tage-Linie bricht, dass hier diese Zinsstärke eben nochmal eine Fake-Rallye war sozusagen und wir übergeordnet weiterhin Zinsen auspreisen, was natürlich dann auch begleitend wäre mit einem fallenden Dollar und dementsprechend Rückenwind für die Aktienmärkte. Wir blicken auf den Volatilitätsindex und wir haben ja übergeordnet diesen Abwärtstrend hier auf dem Schirm. Natürlich der Beginn dieses Abwärtstrends ist sozusagen der Boden gewesen bei den Aktienmärkten. Hier am 13. Oktober hatten wir das Top gesehen beim Volatilitätsindex mit 35. Seitdem natürlich die Rallye an den Märkten und übergeordnet fallende Volatilität. Jetzt bricht uns der Wix hier seitwärts aus aus diesem Abwärtstrend. Aber es wirkt hier so, als würde er wirklich künstlich unter der Schwelle von 20 gehalten, weil wir hier aktuell eben nicht drüber steigen, obwohl wir ja übergeordnet durchaus eine hohe Volatilität sehen. An den Aktienmärkten und vor allen Dingen ja auch von den Tops durchaus wieder ein Stück zurückgekommen sind. Aber wir sehen hier noch keinen Ausbruch beim Volatilitätsindex und wir haben natürlich auch diese Optionen im Hinterkopf, diese Zero DTEs, die ja hier nicht erscheinen und vor allen Dingen den V-Wix, der sich ja bereits auf dem Weg nach oben macht. Also umso wichtiger, habt bitte Preisalarme drauf, weil wenn wir dann sehen, dass auch der Wix wirklich anschlägt, dass der Wix hier nach oben ausbricht. Vor allen Dingen, wenn er dann hier die 50-Tage-Linie rausnimmt, die uns ja hier seit, muss man ja sagen, 13. Dezember Widerstand ist. Dann müssen wir langsam aber sicher eben davon ausgehen, dass wir zumindest nochmal in eine etwas schärfere Korrektur gehen. Wix zwischen 20 und 25 deutet eine milde bis stramme Korrektur an. Wix über 25 ist dann schon der erste Anflug von Angst im Markt. Wix über 30 erinnern wir uns an. 2022, da ist dann die Hölle los. Wir kommen zum S&P 500 und jetzt schauen wir uns heute mal ein bisschen größeren Zeitfenster an und zwar zurück bis zum Juni 2022. Denn der Markt kennt diese aktuelle Zone, in der wir seitwärts gehen. Es war exakt die Zone, in der wir vor den CPI-Daten im Juni 2022 seitwärts gegangen sind. Damals haben wir auch drüber gesprochen. Ich erinnere mich noch gut an diese Phase. Da hatte ich gesagt, eben so eine hohe Konsolidierung. Damals war davor eine massive Rallye, ähnlich wie wir sie jetzt eben hier gesehen haben. Und dann diese hohe Konsolidierung, das ist durchaus gefährlich. Damals kam es zu einer massiven Kapitulation. Da haben die Märkte von diesem Level übergeordnet auch nochmal auf neue 52 Wochen tiefst 12% verloren. Davon gehe ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht aus. Aber ihr wisst, mein Kursziel für einen möglichen Dip von dieser Stelle, das wären so circa 5% so ein richtig schöner Abverkauf in den Bereich um 3900 bis 3920 Punkte. Backtest der 200-Tage-Linie, was eben in der Vergangenheit nach einem Ausbruch, nach einem Bärenmarkt in der Regel immer passiert ist. Wenige Tage bis Wochen später eben nochmal ein herzhafter Backtest der 200-Tage-Linie. Und wenn der Markt dann beweist, das ist hier Support, dann machen wir uns auf, auch möglicherweise hier zu neuen lokalen Höchstständen. Das haben wir bitte auf dem Zettel, dass diese Seitwärtsphase, die uns der S&P 500 hier zeigt, im Jahr 2022 einmal zu herben Abverkäufen geführt hat. Aber genauso. Und darüber sprechen wir natürlich auch an dieser Stelle. Wenn der Markt hier dieses Level rausnimmt, diese Tops bei 4200 Punkte, dann geht es hier senkrecht drauf, senkrecht runter. Das haben wir gesehen im August und zwar an einen Top von 4300 bis 4350 Punkte. Und das sind hier auch meine beiden Zielzonen. Das hier ist das Fibonacci aktuell, 127 bis 161. Und hier drüber habe ich dann meine Doppeltop-Zone sozusagen aus den Tops aus dem August. Also übergeordnet gebe ich den Markt vor allen Dingen, wenn der hier ausbricht aus dieser Konsolidierung. Da köchelt es jetzt, da baut sich durchaus Druck auf. Und wenn sich dieser Druck nach oben entlädt, hat der Markt vom jetzigen Zeitpunkt gut und gerne hier 5% Potenzial nach oben. Aber eben auch zum echten Support 5% Downside. Also das Chance-Risiko-Verhältnis ist hier eben nicht gut für frische Long-Positionen. Es sei denn, man berücksichtigt jetzt diesen Support von 4100 Punkte. Dann hast du ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Dann musst du dir aber auch völlig im Klaren sein, dass wenn der Markt diese 4100 Punkte hier bricht, dass dann hier viele Stops fliegen und sich eben diese Beschleunigung bzw. diese Bewegung nach unten durchaus beschleunigen kann. Und kritisch, meines Erachtens sehr, sehr kritisch, wäre ein S&P 500, der diesen Trendkanal hier verlässt. Also Kurse unter 3900 Punkte, insbesondere Kurse unter 3855 Punkte, weil wir dann eben nicht nur diesen Trendkanal brechen würden, sondern auch übergeordnet wieder zurück wären im 2022er Abwärtstrend. Und ab dem Zeitpunkt müsste man sich die Frage stellen, ist das alles, was wir jetzt hier gesehen haben, eben möglicherweise ein Fake-Out gewesen und will der Markt dann hier von dieser Stelle aus schärfer abverkaufen. Also wichtige Levels, 4100 Punkte ist jetzt hier der lokale Support, der halten muss, wenn die 4200 Punkte brechen nach oben, haben wir Targets von bis zu 4350 Punkte. Und wichtig ist, falls der Markt die 4100 Punkte bricht, dann muss er den Bereich um tiefstens 3900 Punkte halten. Hier wie gesagt Kreuz-Support aus dem Trend, aus dem aktuellen Trendkanal, aus dem 2022er Abwärtstrend, da wo wir den Breakout hier wunderbar als Support testen können. Und auch hier ein Backtest der 200-Tage-Linie. Wenn dir dieses Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, damit du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Der Nasdaq 100 zeigt uns jetzt hier tatsächlich das exakt gleiche Bild wie der S&P 500. Auch der Nasdaq 100 geht hier seitwärts exakt in dieser Range, die wir gesehen haben im Juni, bevor er es dann eben zu diesen herben Abverkäufen gekommen ist. Und beim Nasdaq können wir das sehr kurz machen. Wir haben hier übergeordnet diesen Aufwärtstrend in diesem übergeordneten Aufwärtstrend. Und der, wenn bricht, an dieser Stelle vor allen Dingen auch diese horizontale Zone bitte beachten. Das ist eine wichtige horizontale Zone aus dem Jahr 2020. Hier war es Widerstand, danach wurde Support, wichtige Support- und Resistance-Zone. Wenn wir da durchbrechen, dann brechen wir hier einige Supports, nämlich übergeordnet diesen Aufwärtstrend, eben auch diese horizontale Zone. Also zwei Marken sind jetzt hier sehr entscheidend beim Nasdaq 100. Einmal die 12.400 Punkte, die testet er jetzt hier seit einigen Tagen als Support. Das ist ein Bollwerk. Aktuell, das sind die 4.100 Punkte beim S&P 500. Und du hast hier auch ein Chance-Risiko-Verhältnis, wenn du hier diesen Support immer und immer wieder kaufst. Also diese 12.400 Punkte, dann geht der Markt hier sehr gerne nochmal 3, 350 Punkte nach oben. Müssen wir auf dem Zettel haben, aber auch völlig klar. Und vor allen Dingen, jetzt hat es uns der Markt hier seit einigen Tagen gezeigt. Hier ist Support. Und wenn der bricht, kann sich diese Bewegung nach unten auch beschleunigen. Übergeordnet sehen wir dann hier auch das 23er Fibonacci aus der aktuellen Aufwärtsbewegung brechen. Damit wäre dann die Korrektur aktiviert. Und wenn dieser Trend hier bricht, dieser kurzfristige Aufwärtstrend, den ich gebrochen sehen würde, wenn wir wirklich sehen, nicht nur der Trend bricht, sondern eben hier auch die Habti auf dem Zettel. 12.200 Punkte. Dann kommt es meines Erachtens zu einer tieferen Korrektur. Wir haben die 200-Tage-Linie beim Nasdaq 100 bei ca. 11.900. Wobei ich dir im aktuellen Umfeld gar nicht so viel Gewicht geben würde, weil die haben wir seit langer Zeit nicht mehr berührt gehabt. Da ist er auch sehr butterweich durchgegangen. Ich würde der gar nicht so viel Bedeutung zuschreiben. Was ich hier als sehr, sehr schönes Korrekturziel sehen würde, wäre dieser Bereich, den wir auch eingangs bei der Verzinsung, bei dem Gap zwischen Nasdaq und Zinsen angesprochen haben. Wenn du dich erinnerst, hier diesen Bereich zwischen 11.800 und 11.600 Punkte. Das wäre für mich eine Zielzone für eine herrliche Korrektur. Übergeordnet dann hier auch das wichtige 61er bis 65er. Fibonacci noch ein bisschen tiefer bei 11.500. Aber hier eben der Backtest von diesem Trendkanal, in dem der Nasdaq ja seit den Tiefs unterwegs ist. Das wäre hier ein wunderschöner Rücksetzer. Das wären vom aktuellen Niveau ca. 7 bis 7,5% Downside. Habt das auf dem Zettel. Aber natürlich muss man ihm hier auch die Chance nach oben geben. Wobei wir hier wirklich sehen, der Nasdaq ist hier am Top von diesem Trendkanal angekommen und zeigt uns hier eindeutige Wicks an der Oberseite. Also der Markt verkauft hier diesen Widerstand ab, wie er es eben zuvor auch schon immer wieder getan hat. Das ist ein sehr gut respektierter Trendkanal im Nasdaq. Ich gebe ihm hier relativ, muss ich zum aktuellen Zeitpunkt auch sagen, relativ wenig Chance, dass wir hier nochmal mit viel Elan ausbrechen. Jetzt vor allen Dingen vor den wichtigen CPI-Daten. Nächste Woche die CPI-Daten können natürlich jederzeit hier diesen Impuls nach oben auslösen. Wenn wir uns schauen, wenn er jetzt hier einfach nur seitwärts gehen würde, der Nasdaq, dann trifft er sich genau am Dienstag nächste Woche mit dem übergeordneten Aufwärtstrend. Und dann kann es natürlich hier auch zu einem Impuls nach oben kommen. Habt den Support bei 12.500 Punkte auf dem Schirm. Wenn der bricht, müssen Preissalarme greifen. Vor allen Dingen unterhalb der 12.400 müssen Preissalarme greifen. Und die wichtigen Preissalarme, die dann eben eine etwas größere Korrektur andeuten, die müssen aufschlagen unter 12.200. Den DAX sehen wir aktuell seit einigen Tagen in der Seitwärtsphase in der wichtigen Zone, über die wir jetzt seit vielen Wochen sprechen. Hier oben ist das 78er und 88er Fibonacci von dem All-Time-High ans Tief. Das heißt, wir wissen, wenn er diese Zone hier wirklich mit viel Volumen rausnehmen sollte, dann müssen wir zu dem Zeitpunkt damit rechnen, dass er zumindest die All-Time-Highs angreift. Möglicherweise wirklich auf neue All-Time-Highs ausbricht der DAX. Aber man muss sich auch völlig im Klaren sein, das ist jetzt hier sozusagen die letzte Bastion der Bären. Hier können die Bären nochmal um den Markt kämpfen. Deswegen muss man hier jetzt auch mit großem Verkaufsdruck rechnen. Und übergeordnet kann der DAX jetzt hier sogar bis Anfang März seitwärts gehen und hätte erst dann eine weitere Berührung mit dem übergeordneten Aufwärtstrend. Das heißt, wir beobachten den DAX jetzt hier ganz genau. Der Trigger für mehr Downside oder für eine größere Korrektur ist natürlich völlig offensichtlich beim DAX. Das wäre ein Bruch unter die 15.000 Punkte, ein Bruch unter diesen Aufwärtstrend und demnach eben mehr Downside in den Bereich dieser letzten Supportzone. Das ist dann auch das übergeordnete vor Corona All-Time-High. Und das wäre mein Kursziel für eine Korrektur beim DAX 14.000 bis 13.800. Aber wie gesagt, der kann jetzt hier noch einige Tage, möglicherweise sogar Wochen seitwärts gehen. Wir kommen zum Hang Seng Index und der geht hier durchaus möglicherweise in einen Momentum-Switch von einem nahezu unaufhaltsamen Aufwärtstrend. Sehen wir jetzt, dass die Käufer nicht mehr wirklich in den Markt kommen. Die kleinsten Rallys werden hier abverkauft. Wir haben fallende hochs. Und jetzt ist hier ein wichtiger Preisbereich. Hab den bitte auf dem Zettel, wenn du bei chinesischen Aktien unterwegs bist. Das 23er Fibonacci aus dieser Aufwärtsbewegung, das bricht bei 20.876 Punkte. Und zu diesem Zeitpunkt sind die Kursziele dann für eine Korrektur entweder das 38er Fibonacci bei 19.678. Hier wäre auch die 200-Tage-Linie. Oder das 50er Fibonacci bei 18.700. Möglicherweise sogar das 61er Fibonacci bei circa 17.800. Auf der linken Seite achten wir bitte auf die lokalen Tiefs bei exakt 19.000 Punkte oder auf diese Kapitulation zur Downside hier in dem Bereich von 18.000 Punkten übergeordnet. Habt es bitte auf dem Zettel. Der Hang Seng hat diesen aggressiven Aufwärtstrend jetzt verlassen. Wir haben hier einen Mark, der jetzt fallende Hochs produziert, der sich jetzt hier Support aktuell sucht bei 21.000 Punkte. Brechen die 20.800 Punkte hat der Hang Seng von dem Zeitpunkt nochmal 6% bis möglicherweise 10% Downside. Und da sprechen wir dann vom 50er Fibonacci, vom 61er Fibonacci. Wenn er von hier nochmal durchbrechen sollte, wären es nochmal weitere 6%. Und es gilt natürlich weiterhin beim Hang Seng, wenn wir jetzt diesen Dip bekommen, eine etwas schärfere Korrektur, dann haben wir natürlich nach wie vor die Chance auf eine wunderschöne inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wir kommen zum Alphabet-Update und da muss man sagen, das war für mich so ein bisschen sinnbildlich heute für die aktuelle Marktsituation und möglicherweise auch für die Anfälligkeit vom Markt. Wir haben gestern schon gesehen, Amazon stark unter Druck. Warum? Weil man hier so ein bisschen die künstliche Intelligenz vermisst offensichtlich. Heute Alphabet stark unter Druck. Warum? Weil die Antwort von Alphabet auf Chat, GPT, BART, nennen sie das, heute eine falsche Antwort gegeben hat bei einem Event. Und das sieht man eben so ein bisschen jetzt aktuell, ich möchte es fast Bubble nennen, in diesem Bereich künstliche Intelligenz. Aktuell fliegen diese Aktien, die eben in diesem Bereich unterwegs sind. Aber was natürlich vor allen Dingen im Rahmen einer durch Euphorie getriebenen, einer durch Fantasie getriebenen Rally durchaus auch passieren kann, dass man dann letzten Endes etwas schärfer abverkauft wird. Übergeordnet sehen wir jetzt hier aber trotzdem interessante Kurse meines Erachtens bei der Alphabet-Aktie, weil sie ist jetzt hier zurückgekommen auf diesen Support, den wir angesprochen hatten hier im Bereich zwischen 97,50$ und 100 US-Dollar. Das ist eine wichtige Zone, insbesondere aus dem Jahr 2021. Trieffere Kurse als 97,50$ wollen wir aber nicht sehen, weil es sonst sehr, sehr steil nach unten geht, wie uns die Alphabet-Aktie auch in diesem Jahr immer wieder bewiesen hat. Also wer jetzt hier was probieren möchte, auch für eine Fortsetzung oder auf eine Fortsetzung dieser Rally spekulieren möchte, hat mit Sicherheit hier nicht die schlechtesten Kurse. Aber seid ihr auch bitte völlig im Klaren, dass wenn hier diese 97,50$ deutlich brechen und vor allen Dingen, wenn uns Alphabet, wenn wir uns hier den Abwärtstrend anschauen von 2022, wenn uns Alphabet hier zurückfallen sollte in diesen Abwärtstrend, dann haben wir hier natürlich auch wie beim Nasdaq übergeordnet dann die Argumentation eines Fake-Outs aus dem Abwärtstrend und dann kommt es meines Erachtens nochmal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Test von diesem übergeordneten Aufwärtstrend, wo wir ja in diesem Jahr im November und im Januar diesen herrlichen Doppelboden bekommen haben. Also kurzfristig möglicherweise hier eine spannende Chance, sei aber bitte sehr vorsichtig bei Alphabet, bei Kursen von unter 97,50$ und Ziel, wenn die Rally fortgesetzt werden kann, bleibt natürlich nach wie vor die Vervollständigung dieser Harmonik, die wir sehen, bei circa einem Kurs von 118$. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar. Wir kommen zum Bitcoin, den schauen wir uns hier im Tageschart an. Hier gehen wir nach wie vor seitwärts in dieser übergeordneten Range, die wir hier sehen in diesem Trendkanal. Aktuell finden wir Widerstand an der Herzlinie seit zwei Tagen. Müssen wir darauf achten. Du weißt, wenn du Support findest an der Herzlinie, hast du ein gutes Argument für einen Breakout. Nach oben findest du aber Widerstand an der Herzlinie, hast du ein gutes Argument für einen Breakdown. Nach unten. Wir wissen, wo uns die Korrektur hinführen sollte. Im Idealfall nämlich zu 20.000 Punkten. Da werden wir den Kryptomarkt nochmal komplett neu bewerten. Natürlich auch schauen, wo der Nasdaq zu diesem Zeitpunkt steht. Und wenn sich das so ein bisschen übereinstimmt, dass auch der Nasdaq dann an den Supports ist, wenn wir dann Stärke sehen, dann halte ich diesen Bereich für einen sensationellen Nachkaufzeitpunkt für den Bitcoin und für den Kryptobereich im Allgemeinen. Wenn dieses Level nochmal brechen sollte von den 20.000 US-Dollar, dann bricht er hier auch die 200-Tage-Linie und da müssen wir auf diesen Support achten von 17.600 Punkten. Den haben wir schon mal als wichtigen Support genutzt. Nämlich im Juni 2022 nach dieser herben Kapitulation hat er genau hier Support gefunden und das kann er natürlich wieder. Erstkurse unter 17.600 US-Dollar müssten uns wirklich sehr beunruhigen, dass hier möglicherweise nochmal deutlich mehr Downside auf uns warten könnte beim Bitcoin. Aber aktuell, wie gesagt, sehen wir ihn hier nach wie vor in dieser Range, jetzt aktuell Herzlinienwiderstand. Das kann jetzt ein bärisches erstes Vorzeichen sein. Kurse unter 22.200 Punkte würden die Korrektur einläuten in den Bereich von 20.000 US-Dollar, weil dann eben hier diese lokalen Tiefstände brechen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10X Trading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du jederzeit Anfragen an mich stellen kannst für Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.